Hallo allerseits, hier findet ihr einen weiteren Beitrag von Autodoc Video Tutorials zum Ersetzen von Autoteilen. 1. Entfernen Sie den Stoßdämpfer. 2. Entfernen Sie den Stoßdämpfer. 3. Entfernen Sie den Stoßdämpfer. 3. Entfernen Sie die Stoßdämpfer. Verwenden Sie einen Drehmomentschlüssel. 4. Die Stoßdämpfer füllen Sie die Stoßdämpfer. Ersatzteile können Sie bei uns auf unserer Webseite oder in der Autodoc-App kaufen. Teilen Sie dieses Video, wenn Sie es interessant fanden. Vielen Dank fürs Anschauen. Bitte schreiben Sie einen Kommentar, wenn Sie dieses Video hilfreich fanden. Folgen Sie uns in den sozialen Medien. Finden Sie uns auf Instagram und TikTok.